Details der Erfolgsgeschichte erspare ich mir, denn es ist Bobs Geschichte und an ihm sie zu erzählen. Fakt ist, dass mit dem Aufstieg der Füchse in die Bundesliga der Kleinkrieg zwischen uns richtig losging. Die riesige Rivalität zwischen Magdeburg und Berlin ist bekannt. Und ich bin sicher, Bob wird ausführlich darlegen, wie sie gewachsen, immer mal wieder eskaliert ist, aber auch gepflegt wurde. Denn sie bescherte den Duellen zwischen beiden Clubs besondere Aufmerksamkeit. Natürlich waren die Füchse und Hanning aus meiner Sicht, ich wurde im Jahr ihres Erstliga-Aufstiegs Sportdirektor beim SCM, zunächst Emporkömmlinge mit einem deutlichen Hang zum Größenwahn. In den ersten Jahren straften wir sie mit Niederlagen und Geringschätzung. Als sie uns schließlich sportlich überholten, rechten sie sich dann mit einer in unseren Augen unerträglichen Hauptstadtarroganz. Die ganze Sache hat sich immer weiter hochgeschaukelt und alle Episoden ausführlich abzuhandeln, könnte fast ein eigenes Buch füllen. Es gab jedenfalls immer wieder gegenseitige Sticheleien, Seitenhiebe, Tiefschläge. Die ultimative Kriegserklärung war natürlich, als die Füchse und Silvio Heinevetter ausspannten und das auch noch mithilfe des bei uns geschassten Ex-Managers Bernd-Uwe Hildebrandt, den Bob für seine Zwecke eingespannt hatte. Ich fand das skrupellos und nahm die Sache persönlich. Aber es war zugegebenermaßen von Bob auch ausgesprochen clever eingefädelt und in der Sache ein weitsichtiger Schachzug. Längst nicht sein einziger. Je besser die Füchse wurden, desto mehr nervte mich Bob, denn er machte verdammt viel richtig und dabei aus vergleichsweise wenig eine ganze Menge. Ich gebe zu, dass ich schon damals heimliche Bewunderung dafür hegte, wie er den Handball in meiner Geburtsstadt wieder groß machte, was vielleicht niemand anders geschafft hätte. Das hat mich einerseits gefreut, aber andererseits hat es mich, da will ich ganz ehrlich sein, auch angekotzt, dass es ausgerechnet diesem Hunting gelungen ist. In unserer spannungsgeladenen Geschichte war meiner Meinung nach immer auch eine ordentliche Portion Neid im Spiel. Wir beide sind starke Charaktere und Menschen, die das Rampenlicht suchen, die Öffentlichkeit auch brauchen, Aufmerksamkeit durchaus genießen und nicht nur nach Erfolg streben, sondern auch nach Anerkennung. Manchmal kommt man sich dabei ins Gehege, denn die Bühne des Handballs ist nicht sonderlich groß und Popularität durchaus auch eine Währung. Da werden schon mal die Ellenbogen ausgefahren und es wird nicht immer in der Sache argumentiert oder gestritten, sondern auch mal in eigener Sache. Man kann sich sicher meine Begeisterung vorstellen, als Bob ein paar Jahre später Vizepräsident des Deutschen Handballbundes wurde. Denn nun musste ich mich mit diesem Typen in meiner Funktion als hauptberuflicher TV-Experte auch noch bei Länderspielen, großen Turnieren und allen wichtigen Fragen unserer Sportart herumschlagen. Dass Bob wenig später seinen Vereinstrainer Dagur Sigurdsson als Bundestrainer intronisierte, brachte das Fass zum Überlaufen.